Münchens Eishockey-Helden sind zurück und sie haben historisches vollbracht. Denn noch nie hat es ein Team aus der deutschen Eishockey-Liga bis ins Halbfinale der Hockey Champions League geschafft. Ja, Yannick, war es eine wilde Partynacht, weil ihr musstet ja irgendwie auch ein bisschen für euch jetzt mal verarbeiten, dass ihr jetzt diesen Schritt, diesen historischen Schritt eben vollbracht habt. Nicht wirklich. Wir wissen, dass wir am Freitag schon wieder ein wichtiges Spiel haben. Sicherlich haben wir nach dem Abendessen noch ein Bier zusammen getrunken. Aber dann ging es auch ins Bett und bereiten uns schon wieder am Freitag gegen Köln vor. Wir haben ein kleines bisschen im Hotel gefeiert. Wir hatten Spaß zusammen. Es war super. Jeder war glücklich. Bleiben wir aber erstmal noch beim Spiel Champions Hockey League gegen die Miami Redhawks. Gegen die ihr schon in der Vorrunde gespielt habt. Damals gab es einen Sieg, eine Niederlage. Diesmal seid ihr mit dem knappen Polster von 2 zu 1 nach Malmö gefahren. Also es war klar, ihr konntet nichts riskieren in Unentschieden. Darauf kann man ja nicht setzen beim Eishockey. Wie war es denn nachher das Spiel? War es dieses Hochintensive, dieser Schlagabtausch? Ja, ich denke schon. Wir haben super ein Spiel gefunden, gute Chancen rausgespielt und sind dann unglücklich 2-0 Rückstand gelegen. Unser Spiel ist einfach, dass wir nach vorne spielen, nicht probieren oder abwarten, dass der Gegner einen Fehler macht. Und ich denke, das hat uns am Ende auch belohnt, dass wir am Ende das Spiel verdient eine Verlängerung gewonnen haben. Wir haben die Chance, die Champions League zu gewinnen. Das ist ein großes Gefühl. Ich hatte vorher noch nie eine solche Erfahrung. Alles in allem sind wir wirklich glücklich. Und nun im Halbfinale, vielleicht ein bisschen Ironie dabei, heißt der Gegner Red Bull Salzburg. Musstet ihr selber schmunzeln, als ihr nachher wusstet, es wird gegen die Salzburger gehen. Es ist eine Art Fanfreundschaft, natürlich eine Verbundenheit durch den Hauptsponsor da. Ja, klar. Wir sind ja fast schon zweimal bei dem Red Bull Salute in der Vorbereitung aufeinander getroffen. Und dass es jetzt wirklich dazu kommt, ist schön für Red Bull oder auch für beide Teams. Wir wollen natürlich gewinnen und ins Finale einziehen. Und nun hast du es angesprochen, Freitag geht es gleich weiter in der deutschen Eishockey-Liga. Dann kommt der nächste Knaller. Die Kölner Haie werden dann zu Gast sein. Hier in München 19.30 Uhr geht es dann los. Ja, was erwartet euch? Vor allem, wie schnell könnt ihr euch regenerieren für so ein Topspiel? Ja, wir haben jetzt heute, denke ich mal, frei, gehen nach Hause, schlafen gut und trainieren morgen nochmal. Wir wissen, dass Köln einen sehr guten Lauf zurzeit hat. Aber ja, wie wir sagen es oft, es liegt daran, wie wir unser Spiel aufs Eis bringen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch die Kölner Haie schlagen. Janik, danke, dass wir kurz Zeit genommen hast. Ruh dich jetzt ein bisschen aus. Und in der Champions-Hockey-League, da geht es dann weiter. Anfang Januar, 8.9. ist das Hinspiel, Rückspiel dann eine Woche später. Und der Gegner hat das Red Bull Salzburg für den EHC Red Bull München.